Servus, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sonnenluke. Ich bin Luke und heute geht es um die Gewinnspielauflösung des 1500 Abonnenten Specials. Vor zwei Wochen haben wir ein Video gestartet und haben gesagt, erstmal vielen lieben Dank dafür, dass wir 1500 Abonnenten erreicht haben. In Instagram sind es mittlerweile sogar 5000 Abonnenten. Vielen Dank dafür. Im Zuge dessen habe ich mir gedacht, beziehungsweise habe ich mit meinem Sponsor DTI gesprochen, Link und alles andere findet ihr unten in der Beschreibung, was wir denn machen können. Wir haben gesagt, wir machen jetzt ein kleines Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es diesen wunderschönen Gareth Pro Pointer AT mit Z-Link. Genau. Was solltet ihr dabei tun? Ihr solltet diese Schatzkiste bestimmen, wie viele Münzen in dieser Schatzkiste sind. Um das Ganze zu beschleunigen, werde ich jetzt vorspulen und dann sehen wir das Resultat. Und den Gewinner blende ich dann unten ein. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Sekunden Schrauben Denn jetzt geht es um fertig aus der Gesang. 310 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 410 410 343 343 Münzen. Herzlich Glückwunsch an den, der es genau getippt hat oder der, der am nächsten dran ist. Weil wenn es jemand nicht genau getippt hat, mach mal den, der am nächsten dran ist. Herzlichen Glückwunsch, du hast diesen wunderschönen Garret Pro Pointer AT gewonnen. Jawohl, schon krass, da sind so eine kleine Kiste eigentlich über 340 Münzen reingetragen, da 343 um genau zu sein. Ein Wunder. Wäre echt mal schön, sowas in echt zu finden. Naja, hilft nicht. Also wir haben 343 wunderschöne Münzen gefunden. Vielen Dank für die Teilnahme an alle, die mit gemacht haben. Danke, danke. Danke für die 1500 Abonnenten. Danke an meinen Sponsor DTI, der mir dieses wunderschöne Objekt zur Verfügung gestellt hat, das ich verlosen darf. Mich freut es einfach, dass wir so weit schon gekommen sind mittlerweile. Es werden noch viele, viele Videos folgen. Ich hoffe bzw. ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei bleibt, meine Videos mitschaut. Und ansonsten würde ich mich freuen über den Daumen nach oben. Wer es noch nicht getan hat, gerne jetzt abonnieren noch und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen bzw. um die nächsten Gewinnspiele nicht zu verpassen. Nicht, dass ihr am Schluss dann dasteht und euch denkt, Mensch, hätte ich doch die Glocke aktiviert, dann hätte ich es mitbekommen. Aber so sei es, in diesem Zuge wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen, bleibt vor allem gesund und viel Erfolg beim Sonnenloggen. Euer Sonnenlogge, hau eitere, fährt euch gut, servus!